So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich erhalte eine Minute lang voll aufgeladene Schilde. Ihr seht schon, 0 von 1. Ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen in Slurpy, in Gruppenkeile-Modus ein bisschen versteckt. Und jetzt muss ich halt wirklich eine Minute lang hier ganz dumm rumstehen. Also, ihr müsst euch halt nur in Anführungszeichen gut verstecken und hoffen, dass euch eben kein Gegner erwischt. Ich sage ja, eigentlich ziemlich simpel, ist halt genauso einfach wie eine andere Aufgabe auch. Jetzt habe ich an euch halt nur eine Frage, in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen warte, bis es rum ist. Warum seid ihr hier auf dem Video? Einfach nur, um Support da zu lassen oder weil ihr die Aufgaben nicht so ganz versteht? Ist nur Interesse halber, wenn ihr sie nicht versteht, ist auch nicht schlimm. Ich frage mich halt manchmal nur, warum manche Sachen aufgerufen werden, weil ja eigentlich steht da ja alles. So, wir warten jetzt mal gerade, wie viel haben wir noch? 20 Sekunden. Dann denkt dran, wenn ihr noch vor dem Cup da seid, um 19 Uhr beginnt der Cup, wo man umsonst einen Skin gewinnen kann. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da machen müsst, guckt euch einfach mal ein Video an. Ist auch auf dem Kanal hochgeladen. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier auch so weit durch. In 3, 2, 1 und... Zack. Easy, nochmal 24.000 XP mitgenommen. Schon wieder 241 jetzt, obwohl ich derzeit eigentlich ganz wenig Fortnite spiele. Und ich hoffe, ihr habt da natürlich auch ein bisschen Support da gelassen. Gern ein Like da lassen, wenn du kein Abonnent bist. Gern ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, mache ich mich an die nächste Aufgabe und haut herein. Gern ein Abo raushauen. Gern ein Abo raushauen. Gern ein Abo raushauen. Gern ein Abo raushauen.